Willkommen zurück zu Conker's Bad Furry! He he he! You'll have to pay the toll! Eh, math nerd? There you go! A thousand dollars! Thank you! Can I get past now? Hey! I'm not finished yet! We're looking for a squirrel! And I think, by the description given to me, that you are a squirrel! I am not a squirrel! Yes, you are! You fit the description perfectly! Oh, really? And, uh, could you describe this description to me? Well, a short, red fur, a big bushy tail, and a twitchy nose. You're a squirrel, alright? And you're coming with me! Look, I tell you I'm not a squirrel! Get your hands off me! And what are you then? I'm an elephant! Squirrels aren't short and pretty! They're big and grey! What? Yeah! That's the twitchy nose! They don't have them? No! No! They're long and snouty! We also have flat ears! Are you sure? Pfff! Of course I'm sure! See ya! You're gonna try it like a good shit! Now then, uh, what? It's all right. It's all right. That's not a squirrel. He's an elephant. An elephant! You stupid sweat. Oh yeah. Let's see. ja gut die 1000 dollar brauchen wir hätten sowieso von zwei gebraucht aber sie sind so bescheuert aber wir folgen nicht der ein hat verstanden dass ich ein eichhörnchen bin und kein elefant mann sind die bescheuert so wir sind hier mitten in einem vulkan sieht so aus und wir gehen weiter dinosaurier interessant die gleiche entgegenkomm ich mag mal da rein hey nicht fressen da scheiße Ich glaube, um auf die andere Seite zu kommen. Ups. Also doch nicht. Um nach oben zu kommen. Scheiße. Gehört. Hier kam gleich wieder Money. Da schreit sie da. Das Money, das Geld möchte. Das holen. Ich bleibe wieder verfolgen. Warte, dass es so gut funktioniert. So, da hoch. Klasse. Klasse. Ich habe ja gar keinen Anwaltspunkt, wann die Dingviecher kommen. Schwieriger Gegenrufer. Darf nicht wahr sein. Darf sowas von nicht wahr sein. Wir müssen da hoch, um das Geld zu holen. Laufen wir ihm nochmal hinterher, oder? Hinterherlaufen schadet nichts. Zumindest... Zumindest... Ja. Hey, was ist denn mit mir? Hey! Ich weiß nicht, von welcher Seite einer kommt. Da waren Fußspuren... Ah! Oh, jetzt fliegt der auch noch runter. Ich will nicht, dass sie so liegen bleiben können. Hey! Ich brauche mal da lang. Vielleicht bringt das sogar was. Da ist mir mein Tunnel und der geht weg, you. So. Jetzt kommt da aber keiner mehr, oder? Ey, komm her, Money, Money, Money. Ja! Da blinken die Augen, ich weiß. Hey, where the f*** you been, you ginger bastard? Nix da! Denn er hat mich nicht... Bastard. Hey! Und der Feld verliert wieder mal die Hälfte seines Geldes. Hey, jetzt... Das ist genauso hoch gewesen wie der mittlere Teil. Und jetzt kriege ich ein Ding abgezogen. Das soll es sein, wie es sein soll. Und jetzt? Entscheint kommt Tina an eine Plattform. Müssen wir jetzt dann doch wieder hoch, oder was? Habe ich was vergessen. Oh, Mann! Scheiße. Ach, jetzt kommt nochmal... Ach, bleib oben, bleib oben. Alter! Mann! Ich bin ja an der scheiß Wand hängen geblieben. Nein! Komm! Jetzt bewegt sich so schnell. Ja, genau! Voll eingekestelt, da hätte ich gar nicht überleben können. Mal weiter haben. Ich hoffe, dass das Geld hat sich wenigstens gespeichert. Das sieht nicht so aus, als ob da noch Geld rumtanzt. Ist gut. Scheiße. Oh, Mann! Oh, Mann! Ich bin ja... Oh, Mann! Oh, Mann! Nein! Alter! schon wieder keine... Null Schwänze. Nein. Schieb doch wieder da drunter. Nein, nein. Bitte. Will es klappen. Schatten. Oh, dieses Mal kann ich nie an ihm vorbeirennen. Die ganze Zeit hat es nicht immer geklappt. Ach, Wahn. Lauf einfach weiter. Tja, genau. Oh, endlich. Will nur eine Schokolade. Schokoladenrippe. Ach, scheiße. Zwei. Gut, noch mal nach oben. Lass mal sich bitte schön hier machen. Irgendwas muss ich doch hier oben machen. Aha. Alter. Mal einstacken. Mal einstacken. Mal einstacken. Interessant. Und damit dir. Aha, neue Gegner. Irgendwelche begleitete Steinzeitmenschen. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Auf jeden Fall mit dem Knüppel da stehen die aus und Steinzeitmenschen. Finde ich jetzt. Können die leben. Oh, oh. Sieht nicht gut aus. Ich bin ja nicht Schokolade. Ich bin knapp bei Kasse. Boah, was das ist. Moment, das geht jetzt immer noch. Ah. Gut. Ich glaube, da hätte ich schon wieder zehn Minuten sicher krank, wenn ich jetzt nicht da oben gewesen wäre. Geht, K.O. Geht der K.O.? Oder nicht? Oder kann ich ihn nur rumschlagen? Blütenpüße auf jeden Fall, Karot. Ja, mal da runter. Äh. What? Hab' ich da so rübergekommen. So, das spart mir wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen Wasser. Kann da drüber klettern? Ne, das ist nur irgendwie Blätter. Bekunden, okay. Einmal umschlagen. Den auch. Ich werde den Sack. Also ich wette, ich muss nochmal draufschlagen. Nur mal zu lang, bis wir fertig sind. Bis das Zeichen nicht mehr kommt. Okay, es ist nicht mehr da. Das heißt, da hinten geht es nicht weiter. Wir müssen da vorne was finden. Rock solid. Oh, Steinmonster sind es auf jeden Fall. Die wollen mir nichts Gutes. Oh. Ich glaube, ich brauch so einen. Oh. Oh, Steinmonster sind es auf jeden Fall. 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 Seid, seid blind. Prügeln die mich. Einfach blind, ihr prügelt. Okay, wir hätten... Ach, lauf weg. Und schneller weg, dann. ich glaube ich gut aus irgendwie dadurch eigentlich so wie beim nach dem feuerlöschen das ist mir einfach noch da reinrollen und rauskriegt weiterkriegt tschüssi ihr seid so blöd ja da könnt ihr nicht lang okay wir haben unseren band weg freigepackt so weiter geht's okay weiter in der story dann macht er mal große augen ich glaube das war das warum er große augen gemacht hat der rest interessiert ihn gar nicht das ist nur das geld hey maestro denkst du nicht das ist ein bisschen zu dramatisch kannst du mir etwas mit etwas mehr von einem beat ja das ist besser ja genau ich bin mir wirklich alles scheißegal hauptsache es gibt ein bisschen die dazu interessant interessant ja das hat gerade eben ein kumpel von euch verschluckt aber es wäre ja egal vielleicht weil es die opfergabe das jahrhundert ihr müsst machen das das wieder hochblättern aber dann da rein und es geht noch weiter einfach mal umlegen weiterkommen und zu früh hat noch so hat noch so hat noch so mal wettig langsam oh den kennen wir doch mal wieder oder den hier wird glaube ich nur einmal gestorben oder nach gleich umgebrochen okay das war nichts noch mal bleib mal da drauf stehen okay interaktion das macht es dir gemütlich macht er sich gemütlich auf dem eis ist doch klar dass es irgendwann mal schlüpft den interessiert so irgendwie nicht wird sicher auch wieder so ein drachen sein ein drachenei oh der ist tot du du es du 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 Das gehört zu seinem Plan. Fressen, denke ich mal. Wird ihn jetzt auch fressen? Ich glaube nicht. Wo ist denn der? Ich glaube, ich laufe hier nur ein Greif. Also alle sind unnötig. Wir bekommen da ein anderes Ziel. Obwohl wir es eigentlich rein theoretisch abkürzen hätte ich können. Moment umdrehen. Steht da oben noch. Was soll's. Friss. Mit dem großen Stab gehört. Konka als Mami weiterhin beschissen kann. Mami. Tja. Einfach so. Entsägen. Na egal. Ein riesiger Dungeon. Mal schauen, ob wir den jetzt dann auch fertig bekommen. Scheint schon ziemliches Ende zu sein. Wie denn das? Hä? Moment. Hochspringen. Ich meine, ich kann da drüber, bzw. mal einen anderen Weg machen. Okay. Okay, beeil dich. Mit dem ganzen Tag. Weiter, weiter. Hopp, 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 hopp. Rein, 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 rein. Ja, rein, 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 rein Ich bin wirklich zurückgelaufen. Naja, das kann jedem mal passieren. Aber guck doch mal, ich bin ja da unten lang. Was sind das, die unterschiedlichen Türen dann? Gibt's links und rechts und Türen dann also. Ey, wollte ich hier eine überbraten. Guck mal, ich flieg weg, aber der nicht. Nicht ein Driff. Der flieg sich nur um. Ja, friff ihn. Also, zeugst du mir jetzt oder nicht? Folg mir. Bravist, Kind. Jetzt muss ich... Ja, Mann. Komm her. Ja, komm her. Mami möchte, dass du mitkommst. Was? Also, dann komm in die Richtung. Komm her. Folgst du mir? Wie schnell bin, lauft der mir nicht nach, gell? Komm her. Ja, wunderschöne. Langsam mal, wenn wir die einstoppen. Friss, friss. Groß und stark mit zu werden. Ja. Da kommt schon das nächste Mal, Zeit. Bitteschön. Ja, lecker, gell? Schmeckt. Jawohl. Perfekt. Und da kommt schon die nächste. Mh. Schöne Proteine, gell? Gut für deine Muskeln. Oh, wenn du jetzt schon ziemlich stark bist. Dann müssen wir den Sterk natürlich auch noch ein bisschen hochziehen. Später mal. Höh? König. Der Dinosaurier werden. Jawohl, der Versuch. Jawohl. Das ist noch mal eine Pflicht. Aber was wir hier mit dem Dinosaurier anfangen werden, das seht ja nicht aus. Und wenn euch der Pfad gefallen hat, mit dem schicken Dinosaurier-Baby. Und euch Tronka mal wieder Spaß gemacht hat, dann gebt mir da einen Daumen hoch. Und wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Aber dann, wenn schon, denn schon eine konstruktive... Das wäre ganz nett. Und dann sage ich Adieu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.